was geht ab liebe freunde ich heiße euch recht herzlich willkommen zum resident evil 2 das remake let's play in den letzten folgen haben wir die leon kampagne durch gescheppert verlinke ich euch die erste folge gleich mal hier oben in der infokarte damit ihr euch das mal anschauen könnt als nächsten durchgang wir wollen jetzt den zweiten durchgang machen also wenn ihr die kampagne von leon durchgespielt habt habt ihr die möglichkeit neue spiel plus oder zweiten durchgang weiß jetzt nicht mehr wie es heißt auszuwählen und wir werden jetzt mit claire spielen und weil das ganze geschehen aus ihrer sicht zu sehen ja ich wünsche euch viel spaß damit wenn ihr mehr von resident evil sehen wollt lasst gerne kostenloses abo da würde mich sehr freuen hilft mir sehr weiter aber bis dahin wünsche ich euch auf jeden fall viel spaß dabei vielen dank sobald ich kristin wieso denkt jeder ich kann mit schwierigkeiten es zu nicht schießen runter keine ahnung na geht auf jeden fall ganz schöne stücke schneller als mit leon der anfang hier warte du bist komm ja leon kennedy und du bist claire claire redfield claire alles klar ich muss weg hier ist nicht sicher ich habe auch gleich mal das kostüm gewechselt von ihr das war hier ein bisschen beine von ihr sehen können lecker lecker guckt euch an wie der hintern wackelt ein bisschen was für das auge hier habe ich mir mal gedacht für euch moah jetzt kann sie hier nicht über den haufen rüber oder was hier ist schon mal schon mal abgeschlossen aha okay ich verstehe jetzt wo wir hier sind jetzt müsste gleich leon kommen ich bin gleich da ich bin gleich da okay ich bin so froh dich zu sehen wie geht's dir der helikopter kann wie aus dem nichts haben da ein schneidewerkzeug alle beide aber äh kriegen fette so eine so eine so eine äh was die da immer durchbrechen da diese ketten da kriegen sie durch aber so ein dünn draht hier kriegen sie beide nicht durch oder was ich schlag mich durch mann 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 ist gut ja neues in sachen bruder nein noch nicht claire nicht aufgeben ich bin sicher wir finden ihn aha mist du weißt was das heißt ja Essenszeit claire du solltest gehen sorg dich nicht um mich Leon kümmer dich um dich selbst er verschwinde hier jetzt los jetzt ich liebe dich so die lässt mich hier bestimmt nicht vorbei war habe ich mir doch gedacht mal gucken dass wir hier die würde ich schnell mal aufkriegen Ja, mach auf So Aha Okay Und ein Hofschlüssel Okay, ich verstehe So Welche Waffe sind denn jetzt eigentlich Hier die Munis, Alter? Okay, für die Also können wir die hier weghauen Verstauen Gibt's hier schönes? Aha Und dicker Schön erstmal eine verpassen Oh, den haben wir aber einen ordentlichen Headshot verpasst Der lebt auch noch Also ungefähr weiß ich ja durch Leon, wo es hier lang geht Denkt mal, es unterscheidet sich noch nicht so krass Mir aber sagen lassen, dass sich das alles hier noch ändern soll Von der Story her Hier los MP-Munition Nehmen wir mal erstmal mit Wird sie anscheinend Schöne Maschinenpistole bekommen Ach nee, da müssen wir ja nicht lang Wir haben jetzt hier dieses Elektronik-Teil Da müssen wir das jetzt da einsetzen Damit wir da in die Haupthalle kommen Aha Boah, ist das wieder laut eingestellt Hier bei mir auf der Kopfhörer Ist jetzt schon wieder Gänsehaut Oh So, Inventar ist mal wieder voll Man kennt ihn Hier sind doch genug Siehst du das nicht? Sehr schön Stopp, jetzt hast du es hinter dir So An Munition hapert es hier jetzt noch nicht Ach du Scheiße Was sucht denn der jetzt schon hier? Nein Kann ich jetzt hier ja nicht gebrauchen Ich will ja auch nicht sterben Missvieh, Alter Habt der die Granate in deine Fresse Schnell weg hier Alter Schwede, ist hier was los Denkt er gut an hier So Können wir schon mal wegschmeißen So Jetzt müssen wir noch ins Stars Büro Uns die Batterie da holen Scheiße, wo waren die noch mal Sind wir da jetzt echt noch mal durch, Alter? Schlüssel brauchen wir hier Hier kriegen wir doch auf, Alter Was will die denn von mir? So Jetzt müssen wir mal hoch zur Dusche Ui Der ist hier nicht flogen Okay Also hier sind auf jeden Fall Deutlich mehr Gegner Hab ich das Gefühl Könnt mir ruhig sagen Wenn ich mich da irre Aber So kommt es mir vor Glauben wir hier noch schnell irgendwas nützliches finden Ah, ich will diesen Äh, 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 äh Da müssen wir noch schnell die Karte holen Wo war denn jetzt diese komische, äh Karte für den Waffenraum Ah, hab ich jetzt komplett vergessen Muss ich noch mal überlegen Jetzt wollen wir aber erst mal, äh, der C4 da anbringen Oh, Alter Was sucht denn der jetzt hier? Okay Dass der jetzt schon kommt Hätte ich nicht gedacht Das, äh, passt mir jetzt eigentlich gerade gar nicht Er ist doch ein bisschen beeilt Aber ich dachte gerade Hier ist er schon oben jetzt hier Gänsehaut ist da Der ist ganz schön schnell unterwegs schon wieder, Alter Oh, Alter Ui, da ist gerade irgendwas passiert So, äh, Steinbock Hafe Vogel Ich hab hier gerade einen Licker gehört Oder er war das hier Hey, hier fallen wir runter Oh, Mr. X Der hält mir voll auf den Sack jetzt hier Ah, falsch So, hier beim Löwen Krone, Feuer, Vogel Krone, Feuer, Vogel Dann können wir die gleich mal einsetzen Dann fehlt uns aber noch eine Wo waren die jetzt noch mal gewesen? So, wenn wir noch schnell die andere Medaille suchen. So, wenn wir noch schnell die andere Medaille suchen, dann können wir noch schnell die andere Medaille suchen.